Wie kaum jemand vor ihm hat, Martin Schulz dem Europäischen Parlament eine Stimme und ein Gesicht gegeben. Genau wie Martin Schulz bin ich davon überzeugt, dass wir nicht weniger, sondern mehr, aber ein anderes Europa brauchen. Ein starkes Europa, ein solidarisches Europa, ein Europa des intelligenten Wachstums. Dafür steht Martin Schulz als Spitzenkandidat der SBE in Europa.